Wir stehen Ihnen individuell zur Seite. Der Tod eines Menschen kommt oft überraschend, meist viel zu früh. In diesen schweren Zeiten möchten wir Ihnen als zuverlässiger und seriöser Partner und Begleiter bei der Bestattung, Trauerfeier und allen Dienstleistungen, die mit dem letzten Abschied eines lieben Menschen verbunden sind, zur Seite stehen. Als Treuhänder des Abschiedsprozesses und Mitgestalter der Bestattungskultur helfen wir mit Verständnis und Mitgefühl in einer schwierigen Situation. Mit 120 Sitzplätzen im Café und der angrenzenden Sonnenterrasse haben Sie die Möglichkeit, den Beerdigungscafé einzunehmen mit Ihren Freunden, Begannten und Trauergästen. Ganz individuell gestaltet und aufgetischt, wie Sie es haben möchten. Mit unserem Küchenmeister Erik Radmacher haben wir einen hervorragenden Spezialisten, der Köstlichkeiten auf den Tisch bringt. Musik kann eingespielt werden, einen individuellen Bilderteppich, das Verstorbene, einen Lebenslauf können wir hinterlegen. In fünf individuell gestalteten Themenzimmern können Sie Abschied nehmen. Sie bekommen einen Schlüssel von uns und haben 24 Stunden Zutritt, um sich bei Ihrem Verstorbenen zu verabschieden. Jahrelange Erfahrung hat unser Blick und unser Gefühl für die Bedürfnisse der Menschen geschärft. Wir wissen, was im Trauerfall zu tun ist und möchten Sie mit sämtlichen anstehenden Entscheidungen unterstützen. Mit Überblick, Engagement, Erfahrung und Sachkompetenz. Wir sorgen dafür, dass Sie ausreichend Zeit für die Trauer haben und entlasten Sie, wo immer es uns möglich ist und von Ihnen gewünscht ist. Sprechen Sie mit uns! Sprechen Sie mit uns! Sprechen Sie mit dir! ... Sprechen Sie mit morgens!